So, wir sind jetzt hier zusammengekommen für unseren zweiten Vortrag. Nein, kein Vortrag, sondern eine interaktive Session, weil Retrospektiven sind ja immer zum Mitmachen und nicht zum Zugucken und Zuhören. Und deswegen würde ich euch als erstes bitten, die Corinna und die Manuela, die machen gleich mit uns eine Retro und ihr solltet natürlich fleißig teilnehmen und im Chat findet ihr den Link dazu, den habe ich angepinned. Das ist ein Zoom-Link, das funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch Zoom machen könnt, auf eurem Firmenrechner vielleicht auch oder wie auch immer. Wenn ihr das nicht machen könnt, dann bleibt einfach hier in dem Stream und dann könnt ihr leider auch nur zuhören. Aber ein interaktives Format funktioniert natürlich nicht, wenn alle nur zuhören und keiner mitmacht. Also bitte, die, die können und sich trauen oder wie auch immer, bitte nach Zoom wechseln und mit Manuela und Corinna hier eine Superhelden-Retro bestreiten. Und ich bin schon sehr gespannt. Über euch zwei sage ich nichts, glaube ich, weil ihr stört euch nämlich selbst vor. Richtig? Genau. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich persönlich bin auch, hier das Jahr 2020 war für mich so das Jahr der Selbsterkenntnis, die Suche nach dem eigenen Antreiber, wie entsteht eigentlich bei mir Energie und was ist meine Superkraft. Also insofern bin ich ja mal gespannt, ob ihr das jetzt gleich wecken könnt mit einem solchen Retro-Format. Also insofern würde ich euch gerne das Wort übergeben und wir gucken mal, was gleich passiert. Gut, dann herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass so viele Leute da sind. Jeder, der seine Kamera einschalten mag, wir freuen uns darüber, echte Menschen zu sehen. Also wenn es jetzt mit der Leitung ausgeht und mit dem Datenschutz, wir freuen uns über jeden, der seine Kamera einschaltet. Gut, Corinna, magst du anfangen? Ja, auch ein Willkommen von mir. Also ich freue mich auch, dass wir dieses Jahr wieder dabei sind. Online aus Österreich diesmal direkt, sage ich einmal. Und ist auch vielleicht ganz gut so, weil mit den Grenzen ist es ja nicht immer ganz so leicht im Moment. Ich würde einmal sagen, bevor wir wirklich ins Thema starten, möchte ich ein, zwei Worte zur Manuela sagen. Die Manuela ist Raumschafferin, also sie gestaltet Räume für Teams und Organisationen und Konfliktreglerin. Also sie kann eigentlich sehr gut in Teams mit Konflikten oder Herausforderungen umgehen und hier schauen, welche Lösungen gemeinsam zu Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Und was die Manuela unglaublich kann, ist Dinge klar auf den Punkt bringen und auch mit ihrer, ja, auch freundlichen Art einen mitreißen bei Themen, was mir auch eigentlich immer sehr viel Spaß macht, deswegen mit ihr zusammenzuarbeiten. Und jetzt natürlich seit der Corona-Zeit hat Manuela sich eigentlich auch darauf spezialisiert, teilweise mit Online-Konferenzen, vor allen Dingen auch interaktive Online-Konferenzen zu organisieren, wo ich eigentlich, was für uns auch ein Grund war, zu sagen, wir machen das Ganze in Zoom, damit ihr auch wirklich mitmachen könnt. Danke, Corinna. Ich darf euch dann gleich die Corinna vorstellen. Corinna hat zwei Standbeine. Am einem Bein steht sie in der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark und ist dort Professorin für neue Arbeitsformen und empirische Bildungsforschung. Und auf der anderen Seite ist sie Perspektiven-Schmiedin, und arbeitet wahnsinnig gern als Trainerin und Mediatorin in genauso Austauschformaten und Austausch-Settings. Und Corinna, ihre Superkraft ist es, Forschung so angreifbar zu machen, dass sie für uns besser verständlich ist und besser ankommen kann. Ja, und die Corinna wird uns jetzt auch ganz kurz sagen, wie diese Dreiviertelstunde-Stunde, wie wir die gemeinsam gestalten werden. Manuela, magst du mir noch kurz das Bildschirm freigeben, wie möglich machen? So, bitte sehr. Genau, wunderbar. Ich gebe jetzt einmal kurz eine Präsentation frei. Gut, die müsste jetzt soweit sichtbar sein. Und was machen wir denn heute? Also, wir werden vor allen Dingen einmal schauen, das Thema heißt Superhelden-Retro. Also, wir wollen einfach mal schauen, welche Superhelden habt ihr denn so im Team? Welche Superhelden, also Superhelden werden ja immer von was angetrieben. Also, was treibt euch denn an und was ist damit auch eure Superkraft? Und was bedeutet denn das eigentlich für euer Verhalten untereinander? Weil es ist ja sozusagen so, jede Superkraft hat ihre Vorteile, aber auch manchmal ihre Schwierigkeiten. Und Ziel ist es hier so ein bisschen auch einen Blick darauf zu kriegen, welche Kräfte bringen wir mit und wie können wir die optimal fürs Team nutzen? Und hier haben wir euch auch ein paar kleine Übungen mitgebracht, die ihr dann wirklich auch praktisch in der Retro-Perspektive ausprobieren könnt mit eurem Team, um hier auch ein bisschen in den Austausch zu kommen. Genau, soweit. So gut. Dann, worum geht es denn? Ja, also als erstes würde man euch einmal bitten, schreibt mal eure persönliche Superkraft in den Chat rein. Was ist das, was ihr besonders gut könnt? Wie es vorher war bei der Corinna, war es ja so die Wissenschaft begreifbar machen. Bei mir war es so mit Freundlichkeit Klarheit bringen und schreibt es einfach einmal eine, was sind so eure Superkräfte? Oh, Empathie, Geduld. Antennen. Leichtigkeit. Humor, Ruhe bewahren. Menschen begeistern. Struktur. Optimismus, den kann man jetzt wirklich gut brauchen. Strukturieren. Energie reinschieben. Humor. Oh, wir haben ein paar humorvolle Leute da sind. Die richtigen Fragen stellen, im Team helfen. Das sagen, was unausgesprochen liegt. Das sind natürlich vor allen Dingen sehr viele Fähigkeiten auf der Beziehungsebene hier. Das ist ja auch spannend, dass das so viel hier vertreten ist. Was wir uns überlegt haben, wir arbeiten sehr gern mit den Antreibern. Die Antreiber sind aus der Transaktionsanalyse. Der Eric Bene, ein amerikanischer Psychologe, hat die Transaktionsanalyse entwickelt und darunter auch die Antreiber. Und die Antreiber sind die, die in unserer frühkindlichen Phase durch unsere Eltern, durch wichtige Menschen in unserem Umfeld uns geprägt haben und uns dabei helfen, unser Leben zu meistern und mit unserem Leben gut umzugehen. Und grundsätzlich sind die Antreiber etwas Gutes. Ich merke immer, wenn ich in der Literatur ein bisschen nachlese, versucht man das immer so ein bisschen zu tun, als wären sie schlecht. Das sind es überhaupt nicht. Sie sind so lange gut, solange wir sie in einem guten Maß damit umgehen. Und manchmal, wenn man es ein bisschen übertreibt, fangen es an, ein bisschen an unseren Kräften zu zehren und dann wären sie ein bisschen schlecht. Und was wir machen werden, wir haben uns gedacht, wir nehmen die Big Bang Theory her, weil die Serie so wunderschön Charaktere zeichnet. Und die Corinna und ich haben uns auf die Suche gemacht, nach welchen Antreiber finden wir denn dort. Und die möchten wir dann so beispielgebend hernehmen, wie sich die Antreiber bei den Charakteren der Big Bang Theory manifestiert hat. Und was es braucht und wie die damit umgehen. Und damit ihr auch gut nachvollziehen könnt, welche Antreiber in euch stecken, haben wir einen kleinen Antreiber-Test vorbereitet. Den Antreiber-Test findet ihr in der Agimito-App. Einfach geschwind downloaden. Wer mag, kann jetzt Handy aufheben und mit Barcode-Scanner gleich den, oder mit QR-Code-Scanner gleich den QR-Code scannen. Oder im App Store oder Google Play Store einfach nach Agimito suchen und die App runterladen. Und dann findet ihr in dieser App an der zweiten Stelle, stimmt nicht, an der Stelle 3 steht es teste, teste dich. Und da findet ihr den Antreiber-Test, sind einfach ein paar Fragen, die ihr kurz beantwortet. Überlegt euch ein berufliches Setting rundherum und überlegt euch in dem beruflichen Setting einfach, wie würdet ihr das jetzt im Moment einschätzen. Und alle, die nicht im Zoom-Raum sind, auch gleich den Code schnappen oder im Store die App runterladen, dann könnt ihr den Test gleich mitmachen. Wir geben euch jetzt 5 Minuten Zeit. Und Jo, eine Frage an dich. Sollen wir während den 5 Minuten den Mund halten, damit alle gut Test machen können, oder sollen wir irgendwas erzielen? Ja, mal eine Schweigeminute einlegen. Passt. Dann lassen wir euch in aller Ruhe den Test machen. Manuela, noch eine ganz kurze Frage. Ich muss hier irgendwie einen Code eingeben. Ah, danke. Es gibt unten Demo. Siehst du den? Ja. Da ist der runter, ja, und da auf Demo klicken. Danke für den Hinweis, habe ich vergessen, dazu zu sagen. Danke, Jasmina. Beim Demo-Button kann man gut einsteigen. Ja, danke. Hat noch ein paar Probleme beim Reinkommen? Gut, dann schönen Test. Und wichtig, ruhig einfach ein Probieren aus dem Bauchgefühl raus zu antworten. Meistens ist so die erste Antwort, die einen anlacht, die auch die ehrlichste ist, sage ich einmal. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Wie lange der Test? Ja, es sind auch viele Antreiber. Genau herausfinden. Ja, es sind auch viele Antreiber. Es kann sein, dass er im Moment lädt. Normalerweise gerade nicht. Ich habe es gerade noch einmal ausprobiert. Wir haben es auf beiden Varianten. Okay. Welche Fragen sind es denn eigentlich? 50 Fragen. Das wäre 33. Viel einzuschätzen. Okay. 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 Okay, Juliana. Vielleicht sonst einfach später noch einmal kurz probieren. Das kann sonst sein, dass das jetzt einfach gerade durch mehrere Starts passiert ist. Das ist dann länger late. Das ist ja süß. Beim Telefonieren bearbeite ich nebenbei oft noch Akten. Akten oder E-Mails, ja. Die ganz klassischen großen Ordner. Das ist ja süß. Gut. 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 So, also zu den Ergebnissen sagt er sowieso. Nummern notiert, weil die können Sie dann später noch verwenden. Ja, im besten Fall sollten Sie auch direkt so in dem Screen da stehen bleiben. Oder sollst du mit dem Bildschirmfoto machen, dann ist es doppelt gemoppelt. Gut. Gut. Dann schauen wir doch einmal, was so dahinter steckt. Jetzt habt ihr eure Werte. Wir wollten euch nicht zum Schummeln einladen, deswegen wollten wir das vorher machen und werden jetzt einmal schauen, welche Antreiber es so gibt. Der erste Antreiber, das ist der Sei-Perfekt. Dessen Superkraft ist es wirklich alles ganz, ganz genau zu machen. Und das ist ihm wirklich auch wichtig, die Dinge sehr gründlich zu erledigen. Das heißt, bevor jemand mit diesem Antreiber so eine E-Mail ausschickt, dann liest er lieber drei bis viermal drüber. Ist aber natürlich auch jemand, der gut eingesetzt werden kann im Team, zum Beispiel, um Dinge zu korrigieren. oder wenn wirklich Dinge perfekt abgeschlossen werden müssen. Der kümmert sich auch um die kleinen Sachen daneben. Das ist vielleicht die Person, die beim Geburtstag von einem Teammitglied noch die Torte oder vielleicht eine kleine Karte mitbringt mit einem kleinen Geschenk und das dann unglaublich schön ausschaut. Und solche Menschen sind aber auch relativ schnell genervt davon, wenn jemand anderer vielleicht ungenau ist. Weil im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, dass man selber perfekt ist, sondern die Aufgabe soll perfekt sein und die Leute drumherum auch. Und wenn ihr jetzt so an die Big Bang Theory denkt, vielleicht fällt euch da wer ein, wer das doch so sein könnte. Jemand, der wirklich immer alles ganz genau haben muss, der auch ganz klare Regeln hat, wie etwas zu funktionieren hat. Und vielleicht, wenn euch wer einfällt, vielleicht schreibt ihr den Namen einfach kurz in den Chat. Ja, das war schnell und eindeutig. Sheldon, ja. Genau, ja. Sheldon weiß ganz, Max ganz genau und wehe irgendein, ein Fehler passiert hier. Dann schauen wir uns mal den nächsten Antreiber an. Wer jetzt auch das Gefühl hat, dass die Corinne das viel zu unperfekt erklärt hat und dass es da noch viel mehr dazu zu sagen gibt. Wir haben in der App jeden Antreiber noch einmal zusammengefasst. Wer es noch perfekter braucht, kann nachlesen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Antreiber. Und Corinne, kann ich dich gleich fragen, ist das jetzt eh okay, dass ich jetzt anfange, dass ich das erzähle und passt das jetzt, wenn ich einfach jetzt so ein bisschen was über den Mach es allen recht sagen würde? Du aber nur, wenn du es richtig machst. Also ihm muss es schon auch gut so mögen, wie du es tust. Der Mach es allen recht, das ist so eine Persönlichkeit, die immer darauf schaut, bei allen Menschen beliebt zu sein und es wirklich allen Leuten recht zu machen, wie genau so was tut, was ich jetzt gerade gemacht habe, bevor sie zum Reden anfängt und einfach reinprescht, lieber einmal nachfragen, darf ich das jetzt? Ist für meine Kollegin eh okay, dass ich das so mache? Die Person kritisiert überhaupt nicht gerne. Es ist total schwierig, da einfach hinzugehen und zu sagen, also Corinna, also ich finde ja, bei der Folie hätte man das Vieh, ich hätte schon noch ein bisschen zentrierter ausrichten können. Das würde ein Mach es allen recht Typ nicht machen, weil da würde ich sagen, ma Corinna, echt klasse, dass du jetzt noch die Idee gehabt hast, du zuerst das Fragezeichen einzufügen, damit man da weiß, da soll eine Person noch hinkommen. Das hast du aber gut gemacht. Also gibt es ganz viel Loben, ganz wenig Kritik. Ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück. Unser Superheld aus der Big Bang Theory ist auch einer, der ganz viel für seinen besten Freund macht und seine eigenen Bedürfnisse immer zurückstellt. Bis er das Mädchen kriegt, was er gern hätte, dauert es ein bisschen, weil er für die anderen Personen immer so viel macht und immer schaut, dass er gut darstellt und braucht auch viel Lob dafür. Jetzt könnt ihr gerne in den Chat reinschreiben, wer ihr glaubt, von wem wir reden. Ja, auf den auf den auf den Ray trifft es auch zu, auf den haben wir nicht gedacht, aber auf den trifft es sehr zu. Hat noch wer einen Guess, wer es sein könnte? Ja. Ja. Ja, das stimmt, beim Mach es allen recht ist es bei der Big Bang Theory gar nicht so leicht, trifft es auf ein paar andere auch noch zu. Ein Stück weit haben wir an den Ländert gedacht und besonders an seine Freundschaft mit dem Schelden, wo er sich selber immer zurückstellt, damit der Schelden das kriegt, was er braucht und was er will. Ja. Gut. Und jetzt müssen wir mal schnell weitermachen, weil sonst kommen wir mit der Zeit nicht ganz zusammen und wir haben hier noch genug zu tun. Wir haben wirklich viel zu tun. Also das geht es uns hier nicht gescheit vorwärts. Und das ist so die inneren Stimmen, die immer bei dem Antreiber mach schnell sozusagen aufkommen, denn hier geht es darum, Aufgaben rasch zu erledigen. Das ist die Person, die die Aktenordner parallel beim Telefonieren auch abarbeitet sozusagen. Da sind wir beim richtigen Jo. Da werden Fragen immer ganz kurz und bündig beantwortet und die Person ist auch ständig auf Trab. Das heißt, alles, was so Smalltalk ist und wo es dann darum geht, sich einfach mal auszutauschen, mal zu schauen, was wir überhaupt brauchen, das bringt die Person dann ziemlich auf die Palme, weil wir wollen ja was erledigen und das ist eigentlich so viel zu tun und das hört nicht auf, wenn man nicht anfängt, das abzuarbeiten. Das Problem ist halt nur dabei, dass wir hier eigentlich irgendwie immer so das Thema haben, dass wir nicht genau, dass die Person, die alles schnell macht, trotzdem die Aufgaben ja nicht unbedingt weniger werden, denn es gibt immer noch was zu tun und es geht immer weiter. Und wenn ihr jetzt mal so an die Big Bang Theory denkst, das ist es vielleicht gar nicht so leicht, wen zu finden, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, wer uns hier in den Sinn gekommen ist. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Kommt schon langsam. Howard oder Bernadette, ja. Wir haben uns gedacht, gerade die Bernadette, denn man merkt es dann oft, wer hat denn diese Körperspannung, es muss weitergehen. Weil sie im Endeffekt ist sie auch eine, die wirklich gerade den Howard auch immer wieder ein bisschen vor sich her treibt und schaut, dass es da was zu tun gibt und auch eine, die immer wieder was zu tun hat und auch in diesem Leistungsdruck auch immer wieder drin steckt. und gerade bei ihr kriegt man es vor allen Dingen auch an dieser starken Körperspannung mit, die Leute, die das mit sich tragen, auch öfters mitnehmen. Ein Vorteil ist natürlich bei diesem Antreiber, da geht auch was weiter. Das ist jemand, da werden schon auch ganz viele Dinge abgearbeitet. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Gut, jetzt haben wir den streng dich an. Diese streng dich an Typen sind die, die das Gefühl haben, dass man ganz, ganz, ganz viel tun muss, dass man was erreicht. Kennt ihr so Leute auf der Uni, die ganz, 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 ganz viel lernen für eine Prüfung und dann trotzdem nur einen Dreier haben oder irgendeine mittelmäßige Mode. Die haben so dieses innere Bedürfnis in sich, etwas sehr gut zu machen und müssen sich auch ganz viel anstrengen, dass sie es erreichen können. Die werden auch nicht locker lassen. die denken sich, wer rastet, der rostet. Das geht überhaupt nicht. Und in der Big Bang Theory gibt es einen Charakter, die sich so unglaublich anstrengt, die beste Freundin zu werden. Und da geht es so darum, dass die ständig übertreibt. Wenn sie dann die Trauzeugin werden darf, übertreibt sie immer ein bisschen darin, was man tun kann, dass man die beste Trauzeugin ist. Wenn man diese Freundschaft und diese Mädchenabende macht, lässt sie sich unglaublich viele Dinge einfallen, um das Beste zu erreichen. Und bei dem Streng-Dich-Antyp kann es dann gleichzeitig ein bisschen passieren, dass das ein bisschen überanstrengend ist, dass das, was bei der anderen Person ankommt, nicht grundsätzlich diese gefühlte Leichtigkeit ist, sondern immer so eine Spur ein bisschen zu viel. Und da werden wir dann, also das ist so dieser Typ, der das Gefühl hat, man muss hart arbeiten, um seine Ziele zu erreichen. Und die Superkraft ist, die Person kann dran bleiben, ewig lang, und die wird sich so lange anstrengen, bis sie es wirklich hat. Und es hat schon ganz viele Vorschläge im Chat gegeben, wer es ist. Genau an die Person haben wir auch gedacht, an die Amy. Und wie gesagt, am meisten sehen wir diesen Typen erfüllt bei dieser Fragestellung, wie werde ich denn die Freundin von dieser Fünfer-Klicke und wie werde ich allen voran die Freundin von der Benni. Und diese Form des sich anstrengen steckt ganz oft dann kommen wir nur noch zu unserem letzten Antreiber. Erik Berne hat im Ursprung fünf Antreiber definiert, deswegen haben wir uns auch auf die jetzt bezogen. Manchmal gibt es auch das Ganze mit sechs oder sieben, aber das ist so dieser Standard, die fünf sind immer dabei. Der sei stark. Das sind die Leute, die wirklich die Probleme immer selber lösen. Und zwar ist es so, egal was ich kann das und ich mache das. Und da kann mich nichts bei aufhalten, ich ziehe das durch und wenn ich die Nächte durch arbeiten muss. Ich beiße die Zähne zusammen und ziehe es durch, egal wie erschöpft ich bin. Und das sind so Menschen, wie gesagt, auch die, man kann sie auf sie verlassen im Team. Das ist natürlich auch super. Die stärken einen Rücken und machen das. Egal, wie schlimm gerade die Krise ist oder auch wenn da rundherum gerade die Welt zusammenbricht, die sind da und die machen das und sie haben auch das zuvertrauen, dass es klappt und es klappt. ein bisschen Schwierigkeit ist halt darin, gerade bei den Menschen, denen fällt es nicht so leicht, ihre Schwächen zu zeigen oder auch einmal zuzugeben, wenn es gerade einmal wirklich ein bisschen zu viel ist. Und damit umzugehen, dass sie auch einmal Schwäche zeigen und wenn sie diese Schwäche zeigen, das auch zuzulassen, dass andere ihnen helfen. Das heißt, hier ist es dann auch wichtig, im Team zu schauen, wie können diese Menschen denn auch eine Basis schaffen, zu sagen, okay, bei mir ist gerade genug, vielleicht kann wer anders hier gerade das Feuer löschen. Und das zuzugeben, das fällt den Leuten nicht so leicht. Und wenn man jetzt so an die Big Bang Theory denkt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so leicht, diesen starken Charakter zu finden, der eigentlich auch gar nicht so die Schwäche zugibt. Vielleicht auch, weil so ein bisschen eine Person dahinter steckt, die vielleicht nicht unbedingt direkt damit stark und ich zeige, was ich möchte, in Verbindung gebracht wird. Vielleicht habt ihr eine Idee, wer das sein könnte. Es ist so eine Persönlichkeit, der man vielleicht gar nicht so leicht andenkt, allen voran noch wegen ihrem Geschlecht. Ja, gibt es noch Ideen? Ja, wir haben hier auch und wie man das beim Bild sieht, einmal an Penny gedacht, weil wenn man so überlegt, natürlich spielt sie manchmal mit ihrer Weiblichkeit und lässt sich da dann vielleicht die Einkäufe hochtragen. Aber wirklich ihre Gefühle zuzugeben, vielleicht gerade wenn man so an die Beziehung oder an die Verliebtheit gegenüber einem Lennart denkt, das fällt ihr nicht so leicht. Da braucht sie ewig und bevor sie das zugibt, schiebt sie noch fünf andere Dinge vor und läuft vielleicht weg. Und auch zuzugeben, dass ihre Schauspielkarriere eigentlich jetzt, dass sie sich da wirklich auch schwer getan hat und diese Leistung zuzugeben, auch da hat sie es nicht so leicht, wirklich ihre Schwäche zu zeigen und vor allen Dingen auch ihre Emotionen zu zeigen. Genau und wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass einige von euch jetzt auch schon so ein bisschen gespannt sind über die Testergebnisse beziehungsweise auch wie interpretieren wir die und wir würden hier jetzt im nächsten Schritt einerseits einmal kurz darauf eingehen, was diese Testergebnisse heißen und euch dann kurz in Kleingruppen schicken, dass ihr einmal ein wenig darüber diskutieren könnt. Wenn ihr jetzt mal eure Testergebnisse anschaut, prinzipiell können so Werte zwischen 10 und 50 erreicht werden. Das heißt, 50 ist doch schon sehr hoch, 10 ist das Niedrigste, was ihr kriegen könnt. Geht es allerdings nicht darum, seid ihr jetzt der Antreiber streng dich an oder seid ihr der Antreiber sei stark, sondern es geht immer um die Relation zwischen den Werten. Das heißt, Ziel sollte es möglich sein, dass diese möglichst ausgeglichen sind, weil dann geht es darum, dann könnt ihr in jedem Moment die Stärke dieses Antreibers nutzen. Also je mehr diese Antreiber näher beieinander sind, desto besser und flexibler seid sie in diesen Bereichen und auch eher natürlich im Mittel wäre schön, aber es sind Tendenzen und gerade diese Antreiber braucht wirklich Feuer am Dach ist, dann brauche ich den sehr stark, auch in einer starken Ausprägung, weil nur dann schaffe ich es auch durchzuhalten. Und grundsätzlich kann man sich überlegen, gerade wenn man so ein bisschen an die körperlichen Grenzen seines Seins geht, weil man gerade sehr stark von seinen Antreibern getrieben ist, dass man bei einer Zahl von 35 bis 40 dass es da ein Punkt sein könnte, wo man sagt, da muss ich aufpassen, dass meine Antreiber mich nicht ausbrennen. Und da kann man für sich selber auch tarieren, wie geht es mir im Moment gerade. Wenn jetzt gerade Augen zu und durch wichtig ist, kann ich das auch machen, aber wenn ich merke, da hakt was, könnte ich auch drauf schauen, tue ich von etwas zu viel. Und sich da überlegen, wie kann ich beim sehr stark Antreiber vielleicht einfach mal auch Dinge abgeben. Oder beim sehr schnell, wie schaffe ich es mit dem Zeitdruck rauszunehmen und hier ein wenig in die Selbstreflexion zu gehen. Wir schicken euch jetzt für zehn Minuten in Breakout Gruppen und in den Breakout Gruppen könnt ihr schauen, euch austauschen, besonders zu den Fragen, was ist bei eurem Antreiber Test rausgekommen. Was seht ihr da, was ist da und wir wünschen, wir erstellen jetzt die Breakout Gruppe und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Austauschen in der Breakout Gruppe. Gut, während Soll ich sehen, das Publikum hat, vielleicht hat das Handy auch Beschränkungen, dass man nicht alle Apps installieren kann. Das stimmt, gell? Wir werden sehen. So sieht aus, wo ist aus? Wollen wir mal über meine Ergebnisse Schienestrüppung Schreiben? Danach war das wirklich auch super aufbereitet und da war sicher kein einziger Fehler drin. Und das habe ich dann auch zu schätzen gelernt, sage ich einmal. Als ich dann gemerkt habe, wie können wir die Aufgaben verteilen und die Aufgaben ein bisschen danach verteilt habe, war das unheimlich bereichernd für das Team. Wo ich vorher gedacht habe, jetzt braucht sie wieder so lange, was tut Sinn. Perfektionismus bei uns so ein bisschen auch wichtig ist, in jedem Team zu haben und das vergessen wir vielleicht manchmal. Wie gesagt, ich überlege noch, wie weit das auf mich zutrifft, aber vielleicht habe ich bei den anderen Fragen zu schnell geklickt. Es ist auch immer ein bisschen eine Momentaufnahme, worauf man gerade so geht. Das ist klar. Bei mir das Zweite wäre, mach schnell. Ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Kennst du das oder kennst das eher nicht? Also mein Zeitmanagement ist schon extrem schlecht. Ich nehme mir immer viel zu viele Dinge vor. Also es ist nicht so, dass ich dann so durchhetze, sondern ich sage, das schaffe ich alles noch. Ich würde sagen, das passt da rein, oder ist das was anderes eigentlich? Also dass ich Leute hetze, würde ich nicht sagen. mehr selber, auch mehr mich selber hetzen. Ja, kommt schon vor. Wie gesagt, wenn ich dann sage, ja, schaffe ich alles noch, dann habe ich natürlich eine Stunde Zeit, um noch fünf Sachen zu machen und dann kommst du in so eine Panik oder in so eine Stresssituation, die du natürlich eigentlich selbst verursacht hast. weil ich über sage, ich schaffe das schon, das geht ja schnell. Das kenne ich schon, ja. Kommt deutlich vor. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube, das ist ja immer die Frage, hast du ja eben auch schon gesagt, Corinna, wie konnotiere ich das, negativ oder positiv? Ich glaube schon, dass das auch eine meiner Stärken ist, zu sagen, komm, ich mache halt einfach jetzt so und nicht erst noch irgendwie, weiß ich nicht, langt die Zeit nicht oder so, sondern ich mache das jetzt und dann haben wir es. Also ich würde sagen, das ist schon noch irgendwie, kann man auch positiv sehen und ja. Ja, ich glaube, es geht auch echt um die Waage. Ich habe zum Beispiel auch den Sei Stark ganz stark ausgeprägt und ich weiß auch bei mir, das ist ganz klassisch. Also ich bin halt die, die sagt, okay, und jetzt den Monat, den ziehe ich durch und wenn da noch was reinkommt, ich ziehe es noch mehr durch. Und nachdem mir das aber immer bewusster geworden ist und auch nachdem es mir bewusster geworden ist, wie schwer es mir manchmal fällt, dann auch Dinge abzugeben oder um Hilfe zu bitten, habe ich mich dann zwischendrin auch bemüht beziehungsweise das Team einmal darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, vielleicht, wenn ihr merkt, dass ihr was übernehmen könnt, sie tendiert dazu, das vielleicht dann eher selber durchzuziehen und wenn das Vertrauensverhältnis dann gut gepasst hat, habe ich schon gemerkt, dass sie dann gesagt haben, oder komm, soll ich das machen, ist ja auch kein Problem und mir so ein bisschen den Freiraum gesucht, habe ich gemerkt. Ja, das wäre auch mein Dritter tatsächlich, sei stark, 27 Punkte, wenn ihr sagt, 10 bis 50, dann das ja schon nicht mal in die Hälfte, also es ist ein bisschen drunter, würde ich jetzt für mich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr euch Radical Honesty, es gibt ja auch ein Buch zu, was sagt, finde ich ein sehr spannendes Konzept und ich versuche das auch zu leben, das klingt mir natürlich nicht immer, weil ich schon so ein kleines Elphatierchen bin und da irgendwie ja so eingebaut auch so eine Art sei stark ist aber ich erlebe immer wieder, dass es eigentlich von Vorteil ist, Schwäche zu zeigen und das ist eigentlich nie, also bei mir wurde es noch nie ausgenutzt, es mag da Unterschiede geben oder vielleicht irgendwo, wenn also einen wirklich jemand was Böses will, aber gerade jetzt so in einem Arbeitskontext, also dass wir uns wirklich dem anderen was schaden wollen, also habe ich noch nicht erlebt, mag es vielleicht auch geben, weiß ich nicht. Philipp, was ist denn bei dir der am bestivsten, größten Ausgeprägte? Bei mir, übrigens bin ich nur hier, weil ich alleine in der Breakout-Session war, das mache ich jetzt bei euch mit, bei mir ist es tatsächlich etwas überraschend für mich noch, mache es allen recht, vielleicht zum Hintergrund, also ich glaube schon, ich weiß, wo das herkommt und ich habe sicherlich auch irgendwie ein Stück weit in die Richtung gebotet, aber ich glaube, ich habe es, also ich weiß, die letzten viereinhalb Jahre bin ich eben als Teamleiter unterwegs und habe da auch immer viel versucht quasi für das Team zu tun und habe dann, als es ein bisschen mehr selbstorganisiert war quasi versucht, dann immer wieder viel zurückzugeben und abzugeben an Themen auch. Mit 35 ist das relativ stark bei mir ausgeprägt und finde es, finde es ganz spannend tatsächlich. Wenn man so eine Rückmeldung, also wenn man von so einem Test so eine Rückmeldung kriegt, kann man für sich selber auch überlegen, wie gut kann ich damit, wo in der Realität zeigt sich das, dass ich tatsächlich so bin oder wo ist es einfach nur so eine Momentaufnahme durch einen Test und da kann man auch so mit sich selber in die Diskussion gehen, dass man einfach einmal sagt, in den nächsten zwei, drei Wochen schaue ich mal drauf, wo merke ich dass ich den anderen gerade ein bisschen mehr Raum schenke als mir selber. Dann könnte es so eine Überprüfung werden, dass man sagt, jetzt finde ich mir auch so, ob das das Ergebnis wirklich was mit mir zu tun hat. Also das hat definitiv was mit mir zu tun. Tatsächlich, also habe ich nur für mich jetzt gerade, als es so extrem nochmal rauskam, was ist extrem, also 35, ich weiß nicht, wie extrem es ist, ich habe gesagt, bis 50 geht es, würde ich sagen, jetzt so Mittelfeld eigentlich, aber das ist auf jeden Fall mein stärkster Wert, wenn ich es noch empfehle. Und was ich halt schon, was bei mir direkt war, war halt, okay, ich kann verstehen, wo es herkommt, aber ich glaube, ich habe es irgendwie so ein bisschen schon kaschiert aber tatsächlich werde ich jetzt nochmal ein bisschen mehr darauf aufpassen und das ist irgendwie das Grunde daran, also dass man eigentlich gut reflektieren kann darüber wieder. Spannend. Ich habe noch was Organisatorisches, wir haben noch gut zehn Minuten. Ja, passt. Es kommen, in einer Minute kommen alle Leute aus den Sessions zurück und Corinna, ich würde vorschlagen, wir lassen die Leute voten. Ein Einser, das könnte man dann in den Chat reinschreiben, eins für, ich möchte lieber eine Q&A haben und zwei mit, du erklärst, wie man noch kurz, du stellst noch kurz vor, wie man das gut in die Retro einbauen kann, was man die Retro machen könnte. Weil, und dann kannst du auch dazu sagen, dass es eh in der App steht und dann können die Leute selber aussuchen, ob eins oder zwei. Ja. Okay. Und wir machen, was ist eins? Eins ist Q&A und zwei ist Retro. Retro Format. 10 Sekunden haben, weil ich frage, da ist die App von euch eigentlich oder, ja, also ihr habt euch auch die Fragen überlegt. Ja, nein, die Fragen haben wir uns nicht überlegt. Nein. Die Fragen vom Antreiber sind aus der Transaktionsanalyse. Und da gibt es mittlerweile ganz viele Tests dazu, die relativ frei zugänglich auch sind, aber dass der jetzt so umgesetzt ist in der App, das haben wir praktisch jetzt so eingebaut. Genau. Ist aber so jederzeit frei nutzbar, also bitte gerne und da kommen auch die Nächsten. Gut. So, da kommen auch schon die ersten Zahlen. Also im Hopping-Chat gibt es schon fünf Zweier. Jetzt habt ihr, glaube ich, mit den anderen die Fragen noch Stellen hier, ne, die drücken. Genau. Das sind die anderen Stellen, es passt. Okay, sind schon alle zurück. Wir werden das jetzt so machen angesichts der Zeit. Erstens einmal, ich freue mich, wenn ihr im Chat so ein, zwei Wörter reinschreibt, wie es bei euch in den Kleingruppen war. Was es da so gegangen ist, was da so war, in ein, zwei, drei Wörtern einfach in den Chat reinschreiben. Dann haben wir so ein bisschen einen Überblick, was besprochen worden ist, wie der Austausch war, was auch immer euch so dazu einfällt. Mhm. Spannender Austausch. Angenehm, schön und kurz, interessant. Ja, die Zeit ging schnell vorbei. Ja, zehn Minuten sind oft gar nicht so leicht. Super. Passt. Corinna, was ist jetzt unsere Wichtigkeit, die wir machen? Wir haben jetzt so zwei Varianten und würden euch gern kurz abstimmen lassen, wie wir weitermachen. Das eine ist, dass ich noch kurz erzählen würde, wäre denn so eine Übung, wie man das Ganze dann auch in der Retro nutzen könnte. Das haben wir allerdings auch gleichzeitig in dieser App auch teilweise so ein paar Fragen beschrieben. Also ihr findet dort in dieser App eigentlich ganz viele Unterlagen auch zu diesen Antreibern. Oder die andere Variante, dass wir jetzt noch hier eine Q&A machen und über die Antreiber weiter diskutieren. Eins ist Q&A und zwei ist Retro-Format. Einfach reinschreiben in den Chat, was euch jetzt lieber wäre. Okay. Wunderbar. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Das ist klar. Dann machen wir das Retro-Format. Wie könnt ihr das Ganze denn jetzt nutzen für die Retro? Vor allen Dingen hier ist es in der Retro ist es erstmal wichtig, vielleicht lasst ihr euer Team einmal diesen Test machen und dann könntet ihr das Ganze so vor allen Dingen Leute, die recht analytisch unterwegs sind, sage ich einmal, können da ganz gut das zum Beispiel in so eine Tabelle eintragen und die Antreiber dann je nachdem zusammenzählen. Also die Summe bilden überall über das Team über die Antreiber. Und das könnte man zum Beispiel auf dem Flipchart machen oder genau, wie jetzt auch online ist das, denke ich, auch relativ gut möglich über unterschiedliche Kollaborationstools. Und dann wäre so die Frage zu schauen, okay, welche Antreiber sind denn in unserem Team recht stark ausgeprägt? Und das ist hier ganz treffend, der sei stark, ja, also insgesamt. Und was kann man so daraus schließen? Das eine ist so ein bisschen einmal diese Diskussion aufzumachen. Was heißt es, dass dieser Antreiber bei uns stark ausgeprägt ist? Das könnte dann zum Beispiel sein, dass das ein Team ist, was eigentlich sehr unauffällig, immer sehr gut arbeitet und auch immer Leistung bringt, weil die alle wirklich auch reinarbeiten, wenn es sein muss. Aber gerade, wenn man jetzt so auf das Gesamtteam schaut, wenn die alle diesen Antreiber sehr stark ausgeprägt haben, heißt das natürlich, dass das ein Team ist, was auch einmal in die Überlastung kommen kann oder manchmal einfach auch zu viel auf sich nimmt. Das heißt, hier würde es dann darum gehen, mit dem Team einmal zu besprechen, wie ist gerade unser Aufgaben-Ressourcen-Level, haben wir noch Platz oder sind wir eigentlich eh schon total am Limit? Und wie können wir Aufgaben so verteilen, dass sie möglichst auch abgegeben werden können? Und das kann man an diesem Antreiber sozusagen dann besprechen. Das heißt, die erste Frage wäre so, woran erkennen wir denn das, dass diese Antreiber in unserem Team stark vertreten sind? Und ist das wirklich so? Sehen wir das so? Und wenn man dann Beispiele gesammelt hat, kann man sagen, okay, kann man hier Aufgaben anders verteilen oder passt es so oder wollen wir es vielleicht auch ein bisschen anders? Dann könnte man zum Beispiel auch schauen, wo sind denn die niedrigsten Ausprägungen? Und hier sieht man, dass eine Person, die ist, wo eigentlich überall die niedrigsten Ausprägungen sind. Und dann könnte man auch schauen, okay, was macht denn diese Person? Wie wirkt denn diese Person im Team? Im Endeffekt kann das zum Beispiel auch wer sein, der sehr ausgleichend wirkt. Weil, wie gesagt, diese Antreiber sind zwar prinzipiell gut, dass sie da sind, aber es braucht auch immer so ein bisschen das Gegengewicht, um einfach auch eine gute Balance herzustellen. Das heißt, hier könnte man auch schauen, hat der Peter da vielleicht so eine Rolle, die manchmal so mal ein bisschen einbremst, die einzelnen Antreiber und sagt, okay, machen wir mal ruhiger, schauen wir noch mal drüber. Es muss nicht so perfekt sein. Was meinst du denn? Du musst es nicht allen recht machen. Also sozusagen ein bisschen die andere Gegengewicht. Und so wird halt diese Rolle damit auch einmal sichtbar. Oder ein anderes Beispiel zu schauen, okay, was sind denn hier so die stärksten Ausprägungen? Und da festzustellen, okay, es gibt Leute, die halt, wie zum Beispiel jetzt hier der Manuel bei streng dich an und mach schnell, ganz hochscored. Und dann hier auch einmal zu schauen, okay, ist das jemand, der sich immer sehr bemüht und dem man aber auch so ein bisschen vielleicht den Druck nehmen kann. Oder auf der anderen Seite vielleicht, wenn da jetzt jemand ist, der sehr schnell arbeitet, jemand, der dann vielleicht gerade auch Aufgaben kriegt, die schnell erledigt sein müssen, aber dafür halt vielleicht immer nur Stück für Stück und nicht gerade immer eine ganz große Reihe, damit die nicht die ganze Zeit, die Manuel nicht die ganze Zeit darunter kommt, das Ganze abzuarbeiten, die ganze Zeit. Was man natürlich auch schauen kann, ganz am Anfang war noch dieses neben dem, wo ist der höchste Wert auch, wie sind die anderen Werte verteilt? Hier sieht man zwischen 105 und 110, das ist relativ gut ausgeglichen und das ist ja eigentlich auch sehr schön, dass einfach die anderen Werte eigentlich einem, ja, so recht ausgeglichenen Muster entsprechen, was zeigt bei den anderen, die sind vertreten und sie unterstützen das Team, aber es ist jetzt kein Antreiber, der besonders wenig ausgeprägt ist, wo man sich überlegen müsste, wie kann man den im Team zum Beispiel weiter fördern oder weiter in das Team hineinbringen. Genau. Und dazu kann man natürlich dann über unterschiedliche Diskussionen und Überlegungen schauen und Diskussionen im Team eröffnen, um so auch Handlungen abzuleiten, wie kann ich denn hier jetzt die Zusammenarbeit fördern und wie kann ich hier ansetzen, um sozusagen das noch ein bisschen unterstützender im Team zu arbeiten. Und das mit den Antreibern, das kann man ein bisschen ähnlich machen wie beim Planning Broker. Beim Planning Broker habe ich zuerst mal dann eine Zahl und über diese Zahl kann ich ins Gespräch kommen, weil ich sehe, okay, die einen haben es sehr hoch bewertet, die anderen haben es niedrig bewertet und wir kommen über das ins Gespräch, wie schätzen wir denn die, tatsächlich diese Aufgabe ein. Und bei den Antreibern kann ich das ähnlich machen, dass ich genau über diese Zahl, die da erstmal rauskommt, in diese gemeinsame Diskussion darüber kommen und dann auch einmal versuche, durch Beobachtungen festzustellen, wo sehen wir denn wirklich bei uns, dass es so ist oder wo braucht man auch gegenseitig Unterstützung. Und unserer Meinung nach kann es besonders auch in analytisch geprägten Teams hilfreich sein, in diese persönliche Diskussion und was ist denn bei mir, in die Diskussion leichter zu kommen, wenn ich mal mit einem guten Analyse-Tool anfange und dann dieses Tool analysiere und darüber ins Gespräch zu kommen. Und das ist so eine Empfehlung von uns, wie man in einer Retro mit den Antreibern spielen könnte. Und warum gerade in der Retro natürlich, weil man hier auch gut rückblickend schauen kann, was ist gut gelaufen, wo ist, wenn man das jetzt analysiert, wo waren die Antreiber in letzter Zeit dort vertreten oder nicht. Genau, da ist hier dann natürlich auch gut Platz dafür. Gut. Genau, so viel sind wir dabei. Gibt es hier noch Fragen, Rückmeldungen? Wir sind gerne auch hier und beantworten hier natürlich auch weiteres, was noch offen ist. Und Test und App könnt ihr gerne benutzen. Ihr könnt sie auch gerne in euer Team mitnehmen und dann euer Team den Test machen lassen und ihr habt dann die Beschreibungen drinnen, ihr habt Fragen drinnen. Es ist auch ein Video drinnen, wo wir alles, was wir heute erklärt haben, noch einmal genau drin haben. Nutzt die App, nehmt es mit ins Team und macht es dort gemeinsam. Und es sind auch noch ein paar weitere kleine Dinge drin. Schaut euch ein bisschen die App um. Also wir haben, glaube ich, auch noch so ein paar kleine Grafiken und andere Theorien dort auch schon eingefleckt. Und ich würde mich total freuen, wenn ich noch ein Bildschirmfoto machen darf und würde es total krass finden, wenn alle irgendwas Nettes machen. Lächeln, Daumen hoch, sonst irgendwas. Dann beginne ich mal, höre ich mal mit dem Teilen kurz auf. Gut. Super. Vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sind fertig und wer noch was wissen will, bleibt einfach noch ein bisschen da und mit dir rennen wir im Zoom noch ein bisschen weiter. Ja, also so zwei, drei Minütchen haben wir noch. Ach, haben wir noch nicht da? Ja, ja, so ein bisschen nach. Perfektes Timing. Wir waren schon wieder bei Machschnell. Perfekt. Wir waren getrieben von unserem Anteil. Ja, ja, Machschnell, genau. So ist es. Eine Frage ist tatsächlich in dem Hobby-Hobbin-Chat noch gelandet. Wie schätzt ihr den Nutzen eurer Treiber zum Beispiel im Vergleich zu Belbin und Co. ein? Corinne, das ist eine Frage an dich. Also ich denke, dass die Antreiber genau wie andere Theorien einfach einmal eine Theorie sind, mit der man arbeitet. gerade wenn man jetzt so in die Psychologie reinschaut, ist es ja oft so, dass in der Psychologie Typologien generell, sage ich mal, nicht so gut so angesehen ist, weil es einfach oft dazu kommt, dass man sagt, man ist jetzt der Antreiber, es sei perfekt. Und das ist etwas, wo ich sage, generell alles ist ein Ansatz und ob man jetzt den einen oder den anderen dazu nimmt, finde ich persönlich, macht nicht so den Unterschied. ich glaube, die Frage ist eher, mit welchem kann man sich ganz gut identifizieren und wo hat man das Gefühl, dass man selber andockt als Diskussion und es vor allen Dingen hier nicht als Dogma zu sehen, dass es jetzt das eine oder das andere verwendet wird. Genau, das wäre so meine Antwort dazu. Eine wissenschaftliche Antwort dazu. Genau. Dann eine ganz pragmatische, gibt es den Test auch in Englisch? Mit ziemlicher Sicherheit, weil der Eric Beene ein Amerikaner war. Es gibt ihn ganz sicher, also das ist meine Schätzung, dass es ihn auf Englisch gibt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Antreiber auf Englisch heißen, aber wenn man die Transaktionsanalyse vom Eric Beene auf Google in der englischen Variante findet man dann sicher auch noch ein paar Links zum Test. Also ich weiß nicht, dass es welche gibt, es ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es gibt, weil es gibt auf Deutsch auch einige Tests. Okay, gut. Ja, also es wird die Varianten sicher geben. Ja, bitte. Nö, ich wollte einen abschließenden Satz finden oder vielleicht findet ihr auch einen. Ja, vor allen Dingen von meiner Seite einmal danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt und ich hoffe, dass ihr in dem Sinn auch was dazu damit mitnehmen konntest und auch ein praktisches Tool für euren Alltag Ich glaube, das ist das, was uns immer recht wichtig ist bei unseren Workshops in den letzten Jahren. Genau, und wenn ihr Lust habt, meldet es euch bei Rückfragen oder bei anderen Dingen. Ja, genau, das war die Frage, wie erreicht man euch am besten? In der App stehen unsere Kontaktdaten drin. Na, super. Dann einfach runterladen und auf Kontaktdaten drücken. Und einfach Corinna Koschmieder oder Manuela Grundner googeln. Dort findet, also meine Kontaktdaten sind eigentlich sehr leicht findbar, egal ob über LinkedIn oder über E-Mail. Das ist alles sichtbar. Gut. Ich danke euch sehr. Spannendes Format. Und du tust vor Agile auch herzlichen Dank dafür, dass ihr euch auf das eingelassen habt, dass wir ein bisschen anders arbeiten haben wollen. Naja, also herzlichen Dank dafür, dass ihr hier so was Interaktives auch macht, ja, weil ich finde ja so eine Remote-Konferenz, wo ich mich zurücklehne und dabei die Spülmaschine ausräume oder irgendwas anderes mache und dann eigentlich nicht wirklich zuhöre. Ich finde ja auch schön, wenn wir es schaffen, so ein bisschen Interaktivität reinzubringen. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Also mir hat es Spaß gemacht. Und ich würde euch noch bitten, den beiden noch Feedback zu geben. Da gibt es noch die Bewertungsmöglichkeit. Ich kann das jetzt leider im Zoom hier nicht reinpacken. Vielleicht können das meine Kollegen aus der Technik noch machen. Ansonsten ist in dem Hop-in-Link, Hop-in-Chat von unserem Raum ist auf jeden Fall schon mal der Link drin für die Feedback, Bewertung. Das hilft den beiden sicherlich, wenn ihr ein bisschen sagt, wie es euch gefallen hat. Und vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge oder whatever. Ja, insofern danke erstmal an euch und an alle Teilnehmer, die auch sich von Hop-in weg nach Zoom begeben haben, dass sie mitgemacht haben. Und ja, dann machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. Super. Vielen Dank. Vielen Dank.